Herzlich Willkommen in Mäder, in der Neuen Landstraße im ersten Obergeschoss. Wir befinden uns hier in einer Zweizimmerwohnung. Das ist der Eingangsbereich. Hier hat man Platz für den Schrank und auf dieser Seite hat man Platz zum Aufhängen. Dann gehen wir in das Badezimmer. Das Badezimmer ist ausgestattet mit einem Waschbecken, einem Spiegelschrank und einer Dusche mit Duschverglasen. Und daneben ist Platz für die Waschmaschine. Es sind schöne Bodenfriesen. Dann gehen wir in den Wohnraum hinein. Hier ist ein schön verlegter Paket, der Essbereich und eine separate Nische für die Küche. Das ist eine weiße Hochglanzküche. Die Oberschränke öffnen sich nach oben. Jetzt holen wir es gerade wieder herunter. Ja, es ist eine schöne Arbeitsplatte. Die Rückwand mit derselben Farbe. Dann gehen wir wieder Richtung Fensterrand, Richtung Terrasse. Hier ist die Couch. Gegenüberliegend der Fernseher. Dann gehen wir gerade mal hinaus auf die Terrasse. Eine schöne große. Hier ist Tisch mit Stühlen. Und gegenüberliegend hat man auch noch Platz für Liegebett oder was immer das Herz begehrt. Das Tolle ist dieser Schiebetürschrank. Da kann ich direkt alles weitere, was heraussteht, versorgen. Und das ist der Blick. Sonniges Wetter, wie herrlich. Dann gehen wir wieder hinein. Dann gehen wir wieder hinein. Dann in das Schlafzimmer. Mit Türe zur Terrasse. und Platz für den Schrank. Hinter der Türe ist ebenfalls noch Platz. Dann gehen wir wieder hinaus. und schauen uns hier noch einen Abstellraum an. Auch noch praktisch, um Sachen zu versorgen. Schließen wir wieder. Dann gehen wir wieder hinaus in den Gang. Es ist wirklich eine ganz tolle Wohnung. Sehr ruhig, angenehm. Es hat eine eigene Lüftung, eine Komfortlüftung. Zum Beispiel, man sieht es da oben. Ja, hat mich sehr gefreut. Ich bedanke mich. Und bis bald. ...